Wer nimmt dich mit auf seinem Sarg? Wer haut dich richtig arg? Was dich und mich verbindet? Wir sind Idioten-Freunde! Hallo meine Pokofreunde, Pokenet und willkommen zu einer weiteren Folge Hardcore! Ich gehe auf den Zerber! Ja? Auf den Zerber! Was? Was war das denn jetzt? Ah, okay, alles gut, alles gut! Ich muss Ihnen was erklären, und zwar haben wir die Aufgabe verkackt! Ja, die Öffnung ist weg! Ich kann aber euch zeigen, was wir haben! Wir haben, ja, oben Brüstung, Leon kann jetzt uns ein bisschen mehr Brüstung machen! Eigentlich ist sonst nichts passiert, wir sind in der gleichen Höhle und so! Hätte ich lieber nicht sagen sollen, falls ich komme, ich nehme an, zu schauen! Ja, auf jeden Fall ist nichts wirklich anderes passiert, ja! Hat nicht so viel verpasst! Na, Leon? Leon? Oh, Leon, bei mir lagts! Ja, ich rejoine eben, würde ich sagen! Ich auch, ne? Was? Ich auch! Ja, wir rejoinen bei... Bei mir lagts! So, Leute! Ähm, jetzt nehme ich mir mit Camtasia auf anstatt mit Fraps, weil das, Fraps hat keinen Bock mehr irgendwie! Keine Ahnung, irgendwie ist Fraps schlecht drauf anscheinend! Keine Ahnung! Auf jeden Fall, ähm, haben wir eine Folge verkackt! Aufzunehmen! Falls die Qualität hier ist ein bisschen schlechter sein sollte, oder irgendwas anderes sein sollte, dann... Ja, Leon, dann entschuldige du dich jetzt mal! Ich hab' mich zu oft gehört, entschuldige ich jetzt machst du's mal! Wir haben hier ein bisschen, wir haben hier so ne Art neue Base gemacht... Das ist im Rest nicht! Danke, Leon! Ich hab' nix mehr! Kein Platz mehr! Wie, das kommt, dass ich hab' genug Platz, hab' richtig viel... Geweck! Ja, auf jeden Fall sind wir hier nur noch in der gleichen Höhle da oben... Ne, von da hinten kam die, glaub' ich von da, ja... Ja, von da! Ich hoffe, es nimmt alles auf, sonst hab' ich ein großes Problem... Mike! Ja, was ist? Ah! Ja, was ist? Da lang! Da lang! Meine Maus spielt, äh, spielt verrückt, weil ich sonst eigentlich nie mit Camtasia aufnehme... ...wann meine Maus halt richtig abdreht dabei... Aber naja, das ist Leben! Wenn Scherb's halt nicht will, dann wird's nicht... Und wir müssen heute noch trotzdem mal spielen... Morgen können wir, können wir noch wieder aussetzen, Leon... ...wenn wir wollen... Aber wer will's schon? Äh, Creeper! Ja, viel Spaß! Oh, Eisen! Nice! Leon, ich hör' das! Meine Fackeln! Weiß ich nicht... Hast du meine Fackeln? Ich habe zwei Fackeln! Ah, da hast du Fackeln! Ich hör' mich an! Ihr ein Roboter! LOL! Willkommen in die LOL-Welt! Ach, meine Maus! Ja, Entschuldigung, meine Maus ist... ...ja, wegen Camtasia ist richtig broken! Äh, Leon? Wollen wir irgendein Thema ansprechen oder so? Wollen wir was besprechen oder so? Wir sind vorhin schon drauf gewesen... ...zweimal, dreimal... ...deshalb... ...ja... ...kann's nicht wundern, dass wir nur 13 Minuten Zeit haben... ...wenn ich doch hin zu lenken... ...da würde ich mich sehr darüber freuen... ...ja, ich auch... ...als die Folge nicht 15 Minuten lang wird... ...dann werde ich sie einfach 15 Minuten totquatschen... ...oder... ...ich werde da noch ein bisschen Musik im Ende packen... ...oh, Leon, das ist richtig viel Eisen! Ja, was ist? Relax, mega, ne? Bei Discord! Ja, bei Discord, aber sonst... ...ist alles okay! Ja, das ist nicht schlimm! Hörst mich denn wenigstens gut? Relax! Ja, aber sonst... ...zehn Minuten nur noch! Jetzt, ja, jetzt! Ähm, ja... ...hier... ...pastickies... Wow! Jetzt leckst du mich mehr! Aber du! Du hast gerade ganz kurz geleckt! Vielleicht bist du... ...bist du das auch einfach nur? Ich hab ne Frage! Ja? Ist die Musik im Hintergrund schön? Schreib's in den Kommentaren! Ähm... Jaaa... Wie findet ihr das Projekt? Was soll ich verbessern? Gib mir Kommentare! Gib mir einen Likes! Dankeschön! So, jetzt haben wir alles gebracht, was wir brauchen! Ich hab euch auf alle Grenzen mitgebracht! Leon, pass auf! Das ist ja nicht, Bibi! Das ist ein Monster! Ein Mike-Monster! Ah! Leon! Ich drehe mich wieder! Hä? Hä? Und du? Atme nur in Richtung! Ja, mein Rest war gerade gelockt! Ja, ja, das nehme ich auch nie mit Camtasia auf! Jetzt nur so ne Ausnahme, damit ich wenigstens ne Aufnahme habe! Nicht so wie vorhin! Leon! Mach Bescheid! Alter, wieso ist hier so viel Eisen? Das brauchen wir doch gar nicht! Wir brauchen Dias! Leon, ich hab's gehört! Mach dir die Eisenspitzhacke! Jolo, wir haben nicht so viel! Mann! Gut, man kann jetzt zwar nie genug Eisen haben! Wir brauchen ja 10.000 Eisenschwerter, damit wir die verscharten können! Aber sobald wir Dias haben, können wir endlich mal richtig was machen, ne? Lass mal gucken, ob wir Dias finden! Lass mal gucken, ob wir Dias finden! Morgen können wir... Da macht trotzdem meine Steine auf! Ja, mach egal, was du machst! Mach dir irgendwas! Ananas! Aber echt geil, wie viel Eisen wir haben! Also tut mir leid, wegen der letzten Folge ist auf jeden Fall eigentlich alles... Alles also gut! Hab nicht richtig was verpasst! Wir haben nur ein bisschen... Gemeins! Zwei, drei Quipa gekillt! Und... Skletts! Oder zwei! Weiß was auch immer! Das juckt jetzt auch jeden! Gerade! Das hab ich auch gut gemacht, Mike! Dann geht's nicht weiter! Dann gehen wir da nach! Weiß! Sollen wir Eisenschwerter mal machen, Leon? Das wär' mal nicht schlecht, ne? Wär' mal nicht schlecht! Eisen! Oh ja, hier! Was? Ah! Ja, aber... Do it yourself! Hier hinten geht's nicht weiter! Yay! Zu den Waffen! Mike! Ja, was ist? Das ist gut! Die meisten haben ihre Aufnahmezeit schon aufgemacht! Jaja, wir sind wahrscheinlich die einzigen! Die anderen machen dann morgen, die heute noch nicht da waren! Also die heute nicht konnten, die machen morgen! Ich glaube, man muss alle zwei Tage mindestens ein Video... Also nicht ein Video, aber einmal drauf sein! Ja! Bin mir nicht sicher! Kann sein! Kann gut sein! Äh, wo wollen wir lang? Da hin geht's auch nicht! Ja, ja, ich hab's gesehen! Ey, Leon, bist du so geizig! Alles mit mir! Alles mit mir! Ja, alles mit mir! Leon, da um! Ich hol's! Oder du? Guten Tag! Wie geht's euch? Na? Lockerflockig, ne? Leon, ich hab Angst, glaubst du? Na, warum? Hier ist richtig viel! Also hier ist richtig viel Gang! Das hat... Hatte sehr viel Sinn ergeben, der Satz! Ja, ja, ja! Oh! Äh, äh, äh! Ich hab' vergessen, was ich gesagt habe! War wir schon? Aber hier geht's noch gar! Ich geh' ein! Ich mach' einen auf YOLO! Wieso nicht? Nein! Ich hab' irgendwie das Gefühl, hier waren wir auch schon! Leon, hier unten! Ich mach' mal Kohle, Mike! Leon, hier unten! Hier ist Eisen! Ich glaub' wir müssen in eine neue Höhle, wir haben Pech mit diesem... Nein, Leon, aber... Ja, guck mal, aber! Wir haben hier Eisen gefunden! Äh, ich würd' sagen, wir strip minen ab jetzt, ne? Gleich, warte! Komm mal her, komm mal her! Ich hab' Eisen! Ich hab' Angst, da an der Nation zu gehen! Hier, ich, ich, ich bau grad Kohle ab! Ich hätt' alleine! Du Pisser! Ohne ist wichtig, Mann! Ja, Eisen ist auch richtig! Könntest du mir ja bei ihm helfen? Es ist riesig! Ja, äh... Ja, okay, hier ist nix! Ich komm! Jetzt kommt ein Creeper und macht... Zisch! Wenn wir in dieser Folge sterben, dann bitte... Nein! Okay, danke! Wieso sag' ich auch sowas? Jetzt steh' dir vor, jetzt sterb' ich! Nee, kann eigentlich gar nicht sein! Wovon soll ich denn denn sterben? Ich hab' einen halben Stack, ähm, Eisen! Kommst du hier? Wohin? Das kommt's gelaggt! Hier war ich doch! Ja, den hieß Drittminein, ja! Achso, ab da, okay, okay! Na komm! Machst du da? Achso, da! Ah! 5 Minuten übrig, okay! Oh, Leute, Eisen! Soll ich hinter uns zubauen? Oh, Eisen! Äh, schade, dass wir direkt danach nicht noch eine Folge aufnehmen können, das hätt' ich gerne gemacht, selbst mit Chemtaser! Weil jetzt gerade sind wir nicht im Kamm, also brauche ich... Hast du endlich? Warte kurz! Eisen! Nein, kein Eisen! Ach, Fleisch! Oh! Nein! Kurz Cobblestone! Achso, damit wir hier... Achso! Ja, Leon! Hier, Leon! Wie ne Rose! Also keine Rose, aber einen Löwenzahn für dich! Ach, gib mir nicht den hässlichen Stein, den will niemand! Nimm das mal! Wollen wir hier so durchbauen, hier so? Warte, hier kommt Scheiße rein! Steinschmerz, okay, cool! L-Lul! Achso, ich weiß, warte, ich nehm das mal raus, hier, das Stein! Oh! Nein, warum hab' ich die Sticks weggeschmissen? Ich weiß, was denn damit... Ich witzel hier, soll ich hier da... Vielleicht kann ich reden... Soll ich hier zubauen? Mit dem normalen Stein? Mit Bruchstein... Mit normalem Stein aber? Ist das nur ein normaler Stein? Ja. Ja. War nicht nur noch mehr. Doch! Laufst du doch das wahre Zeitschefekt, Leon? Ja, hab' ich. Ja. Nicht so wie... Äh, nix... Nein, 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 nein... Ich bin schon wieder hier rein! Warte, die Fackel kann ich ja wegtun? Ist natürlich kurz mein... Ist natürlich kurz mein... Mach, was du nicht stoppen kannst. Da, na, na... Haben nichts zu tun, haben kein Leben. Die Folge ist gleich zu Ende. Leider, leider. Schade, das... Hä, das geht so ungefähr voll schnell, die Runde hier. Leon, wo wollen wir denn Slip malen? Warte, hier kann ich mal mein Müll absetzen. Tschüss. Äh... Ja. Das war mein Müll. Ich brauch die Blume nicht. Ich... Ich bin ein Anti-Blumen-Mann. Ja, mein Spaß. Oh, Leon ist grad AFK. Oh. Ohne. Jetzt sollen wir gehen hin. Ja. Wieso nicht? Meiners. Oh, Leon, wir werden jetzt gleich gekickt, ne? Wenn jetzt jeden Moment gekickt. Was sollen wir machen? Schnell, wir müssen das beeilen! Ja, ich war schon mit der Eisenspitze. Oh nein, was mach ich denn? Oh, doch, ist okay. Ich war das so. Komm! Wir müssen das beeilen. So, dass sonst niemand in die Schliche kommt. Komm, 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 go, 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 go! Go, 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 Power Rangers! Mmm... Dum, 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 dum... Bam! Oh mein Gott, Dias! Was! Laber! Bauch ich schnell ab, bauch ich... Jaaa! 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 Oh mein Gott! Wir haben noch fast das Ende der Folge geschafft! als ob ja leon hast du x-ray oder so leon leon hast du x-ray oder so als ob man sich so baut ja das haben wir ehrlich was hast du x-ray was was ich glaube nicht dass der leon x-ray hat eigentlich nicht glauben leon hast du x-ray gehabt leon kannst du mir antworten ja hattest du x-ray hier haben wir können dass du da dran kommen kraft sich einfach so mal so nun oder was ich wollte hier und dann hier rechts ja das sieht schon ein bisschen wie es aus nichts ist nicht so gut ich würde sagen leon weißt du was wir brauchen wir brauchen dein daim und spitze und die mache ich dann dann mache ich was okay aber ich das ab so ja ich habe unseren weg vertuscht ich tue mal eisen in den ofen langsam habe ich keinen bock mehr wo auf denn warum runter zu mir komm mal schnell doch ist wichtig komm mal komm schnell 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 ich habe mich zugebaut ohne nicht ja wir haben keine 15 minuten wir müssen noch ein bisschen reden kommen also leon sei ehrlich hast du ge x-ray hast du ge x-ray 2 x-ray hat mich halt wirklich nicht ich hab mir auch gedacht alter hab ich x-ray ich hab doch gesagt nächstes mal nicht so ob wir x-ray ok man das kann ich ich hab mich einfach nur random da reingebaut leute das ist so geil okay das war eine geile folge am ende am anfang so ganz zeit bekommen wir haben wir farben eisen ja kohle ja eisen ja kohle ja dir was die ja das ist richtig random gefallen hat dann lasst die positive wetter links wenn die folge schon draußen ist kommt die zunächst ja wie wir weiterkommen ja schauen ob wir in kampf sind aber wahrscheinlich nicht also rechts ist die pläne ist was anschauen wollte und oben ist mein kanal da könnte gerne abonnieren und dann die druck an machen und ich habe mich also daran und leon sagt was tschüss 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 tschüss